Ja, da passt ja auch der Punkt hinein mit dem Spazierengehen, den wir auch schon oft erwähnt haben, der von ganz vielen Denkern genau für solche Konzepte genutzt wurde, dass man ein schwieriges Problem sich quasi hergenommen hat und dann geht man halt einfach eben spazieren in die Stadt oder in den Wald, um das Ganze so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ein praktisches Beispiel fällt mir auch noch ein, das hat nämlich auch Cale Newport ganz viel erwähnt oder davon gesprochen, dass er halt seinen Commute, also seinen Arbeitsweg, den er ja zu Fuß machen konnte, der hat das beschrieben mit irgendwie 30 oder 40 Minuten oder sowas, also jetzt tatsächlich eigentlich eine nicht zu lange, aber auch nicht zu kurze Zeit, hat er erwähnt, das war für ihn eigentlich sehr oft sehr schön nutzbar, genau um Probleme. Und ich glaube, in seinem Fall war es sogar harte Probleme aus seinem Computer Science und Mathematik Background, dass er gesagt hat, naja, klar, wenn er in der Früh in die Arbeit geht, dann wird auf der Arbeit dieser eine Problemprozess versucht zu lösen und dann kannst du beginnen zu arbeiten. Und das Spannende ist, dass man das ja genauso mit dem Arbeitsplatz, den man sich da irgendwie schön zusammenstellen kann, kann man ja die Zeiten, vielleicht diese Leerlaufzeiten, wenn man so will, auch einfacher zusammenbauen sozusagen. Weil ein anderes Beispiel, was dann Cale gebracht hat, war, dass er eben diesen Weg zum Laufen genutzt hat, um dort weiter nachzudenken. Das heißt, er hat die Mittagspause verbracht mit, läuft nach Hause, denkt über ein Problem nach, zieht sich um, ist fertig und geht quasi zurück und finischt das Problem vielleicht sogar noch am Weg zurück am Nachmittag in die Arbeit. Also ich finde, das ist eigentlich auch ein wichtiger Tipp vielleicht, dass man auch diese Leerlaufzeiten auch vielleicht mit ein bisschen mehr Mindfulness angeht und sich denkt, was wir nämlich auch schon oft sagen, muss ich mein Mittagessen mit vier Dingen gleichzeitig machen? Also Essen und E-Mails offen haben und vielleicht noch einen Podcast hören und vielleicht noch einen Zeitungsartikel auch noch liegen haben? Oder kann ich das vielleicht ein bisschen alles so ein bisschen fließen lassen? Das ist, glaube ich, eine interessante Frage.